Guten Tag, mein Name ist Andreas Glimmens von der Daimler AG, dort im Bereich Mercedes-Benz Cars Finance. Die ReSync IT finde ich eine sehr, sehr gute und interaktive Veranstaltung. Auch das Format mit den Sprechern, aber auch die Möglichkeit, sich interaktiv auszutauschen mit den Themen, mit der Themenvielfalt, die geboten wird, ist wirklich ein sehr schönes Format, was auch bereichernd wirkt, was man dann auch tatsächlich operativ dann zur Anwendung bringen kann.